Hi ihr Lieben, ich darf euch heute unsere beiden neuen Sun-Kissed Multi-Sticks in den Farben Kaya und Iraya nochmal im Auftrag zeigen. Und ich habe diesen wunderschönen, natürlichen Sommer-Bronzy-Look damit kreiert. Und ja, ich würde sagen, los geht's, I'll show you. Als erstes zeige ich euch die beiden neuen Schätze nochmal im Detail. Okay, und zwar haben wir zwei verschiedene Töne. Einmal Kaya, das ist ein heller Bronzeton mit goldenem Schimmer. Hier swatch ich das auch nochmal für euch, damit ihr die Farbe gut erkennen könnt. Und dann haben wir Iraya, das ist ein schimmernder, heller Goldton. Und ja, die beiden Produkte sind ein super Allrounder für Gesicht und Augen. Die haben zunächst eine cremige Textur, die sich dann aber beim Auftragen in ein pudriges Finish verändert. Und außerdem pflegen die die Haut ganz, ganz toll, weil feuchtigkeitsspendende Pflanzenöle enthalten sind. Ich trage hier Kaya einmal mit meinem Pinsel auf und konturiere damit, beziehungsweise Bronze so ein bisschen mein Gesicht an Stirn, Wangen, Nase und Kinn. Und was ich auch besonders toll finde, ist, dass ihr den Bronzer auch noch als Lidschatten verwenden könnt. Und deswegen halt auch Multi-Stick. Und da nehme ich mir einen kleineren Pinsel und trage den erstmal so in meine Lidfalte auf. Und dann kommt auch schon Iraya zum Einsatz. Da bin ich ja total verliebt. Das trage ich hier erstmal mit dem Finger auf. Ihr könnt aber den Stick auch direkt im Gesicht anwenden. Da wird dann das Gesicht etwas doller gehighlighted, sieht aber auch trotzdem noch super natürlich und schön aus. Also je nachdem, welches Finish ihr bevorzugt, könnt ihr es mit dem Finger einarbeiten oder mit dem Stick direkt. Und das gebe ich mir natürlich hier auch nochmal auf das Lid, damit ich einen schönen Schimmer auf dem Lid habe. Noch ein bisschen auf den Amorbogen. Und zum Schluss nehme ich mir noch einen kleinen flachen Pinsel und trage den Bronzeton Kaya nochmal am unteren Wimpernkranz auf. Das finde ich sieht auch wunderwunderschön aus. Mit den Multi-Sticks könnt ihr also um Handumdrehen einen wundertollen, sommerlichen Look zaubern. Und dann geht es um Handumdrehen.